Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch nochmal zeigen, wie man eine Gleichung mit Äquivalenzumformungen löst. Los geht's! Zuallererst müssen wir hier erkennen, dass wir nicht gleich umformen, also äquivalent umformen, sondern zuerst mal erkennen, dass ich vorher zusammenfassen kann. Nach dem Kommutativgesetz der Addition darf ich ja Summanden vertauschen, also kann ich x plus x zusammenschreiben und dann den Rest ergänzen, denn x plus x, das weiß ich, das kann ich zusammenfassen, das ergibt 2x. Bevor ich also losrechne, immer erst schauen, was kann ich nach den Regeln, die wir gelernt haben, zusammenfassen. Und nun geht's los mit Äquivalenzumformungen. Zuerst Plus- oder Minus-Äquivalenzumformungen, zuerst brauchen wir, oder müssen wir, das Plus 12 wegbringen. Langfristig wollen wir das x alleine hinkriegen, also zuerst die Plus 12 weg. Und die bekommen wir weg, indem wir auf beiden Seiten Minus 12 rechnen. Ausführlich würde das bedeuten, 2x plus 12 Minus 12 ist gleich Minus 15 Minus 12. Das heißt, das, was ich auf der linken Seite mache, muss auch auf der rechten Seite gemacht werden. Und diese Zeile kann ich mir theoretisch auch sparen, wenn ich sie verstanden habe, denn jetzt bleibt links 2x stehen, denn das ist ja weggefallen, das wollten wir erreichen. Und rechts muss ich noch zusammenfassen, Minus 15 Minus 12. Wenn ich das im Kopf kann, diese Zeile, kann ich auch diese Zeile hier weglassen. Nun gilt es weiterhin, das x zu befreien. Also in dem Fall geteilt durch 2, denn 2x ist das gleiche wie 2 mal x. Möchte ich jetzt also, dass mein x alleine steht, also nur noch 1x dran steht, muss ich durch 2 teilen. Äquivalenzumformung bedeutet auf beiden Seiten, das heißt, hier habe ich 2 mal x geteilt durch 2 und das gibt Minus 27 geteilt durch 2. Das, was ich auf der einen Seite mache, auch auf der anderen Seite. 2x geteilt durch 2, das ist das gleiche wie 2 geteilt durch 2x, also bleibt hier 1x stehen. Das wollte ich ja erreichen. Und auf der rechten Seite bleibt Minus 13,5 stehen, denn Minus 27 geteilt durch 2 gibt Minus 13,5. Nun schaue ich, ob dieses Ergebnis, das ich berechnet habe, auch in der Grundmenge enthalten ist. Ja, alle rationalen Zahlen sind in der Grundmenge enthalten, das heißt, meine Lösungsmenge lautet Minus 13,5. Das war's. Schritt für Schritt erst schauen, was kann man zusammenfassen, dann Plus Minus Äquivalenzumformung, dann mal geteilt Äquivalenzumformung und immer schauen, dass man beides auf der gleichen Seite macht. Oder auf jeder Seite das gleiche macht. Schritt für Schritt konzentriert das Arbeiten, dann bin ich mir sicher, schafft es ihr auch. Tschüss! Schritt für Schritt